So meine Freunde, ja willkommen zu einem kleinen Ankündigungsvideo mit mir und den Veja. Wir machen heute Abend einen Livestream und zwar am 01.06.2013. Ja, was wir spielen, wir werden hauptsächlich Garry's Mod spielen, da wir hier eine richtig geile Zombie-Adventure-Map gefunden haben. Ja, und wenn noch Zeit ist, werden wir auf dem Dark-Ombit-Pace-Liver noch ein bisschen abgehen. Also heute Abend 8 Uhr. Ihr wisst Bescheid, Link unten in der Beschreibung von meinem Twitch-Kanal und ja, ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Bis dann.